Hola, ¿qué tal estáis? Heute lernen wir, in Zukunft zu sprechen. Es gibt drei Möglichkeiten. Primero, futuro. Erstens, mit der Konjugation in Zukunft. Zweitens, segundo, wir können ir a plus infinitiv nutzen oder pensar plus infinitiv. Y tercero, drittens, wir können einfach presente Gegenwart nutzen. Bist du bereit? Primero, erstens, el futuro. Die Konjugation in Zukunft, el futuro. Aber bevor wir anfangen, hier ein Beispiel. La semana que viene, correré 10 kilómetros. Mañana dormiré todo el día. En un rato romperé este jarrón. So, am Ende dieses Video werden wir das verstehen. Konjugation in futuro. Es ist ganz einfach. Es ist egal, ob der Infinitiv mit ar, er oder ir endet. Wir müssen einfach hinzufügen diese Endung. E, as, a, emos, es, an. Nicht ersetzen, sondern hinzufügen. Amar, lieben. Sprich mir nach. Yo amaré. Tu amarás. Él amará. Nosotros amaremos. Vosotros amareis. Ellos amarán. Auf Deutsch wäre Yo amaré. Ich werde lieben. Tu amarás. Du wirst lieben. Und so weiter. Comer. Sprich mir nach. Yo comeré. Tu comerás. Ella comerá. Nosotras comeremos. Vosotras comereis. Ellas comerán. Yo comeré. Ich werde essen. Nosotras, no? Nosotras es wir, aber nur Frauen. Comeremos. Wir werden essen. Vivir. Leben oder wohnen. Sprich mir nach. Yo viviré. Tu vivirás. Usted vivirá. Nosotros viviremos. Vosotros vivireis. Ustedes vivirán. Eine kurze Erklärung über Usted und Ustedes. Usted ist höflich eine Person und Ustedes ist höflich und wir sprachen mit Ustedes ab e zwei Personen. Por ejemplo, no? Wenn ich sage Viviré para siempre. Ich werde ewig leben. So ehrlich gesagt, die Zukunft ist sehr einfach. Pero, aber, wir haben auch einige unrealmäßige Verben. Verbos irregulares. So diese Verben sind unrealmäßig. Tener, no? Haben. Venir. Kommen. Poner. Madre mía. Poner hat viele Bedeutungen auf Spanisch. So, poner ist stellen, poner legen, poner aufheben, poner salzen, salzen, etc. Ein Tag werde ich ein Video überponer machen. Dann, poder können, saber wissen, decir, sagen, querer, wollen, haber ist so ein bisschen so, wie es gibt ein Infinitivo. Hacer, machen, caber, passen, valer, werten, salir, ausgehen. So, wie funktioniert das? Die Endung, die wir gerade gelernt haben, bleibt so. Aber die Wurzel des Verbs ändert sich. So, zum Beispiel, bei tener, es ist tendre plus Endung, venir, bendre plus Endung, etc. Lass uns einige Beispiele schreiben. Por ejemplo, tener, no? Ich nutze diese Raid, Raid ist Wurzel, tendre, und dann plus E, as, a, emos, eis an. Tendre, tendrás, tendrá, tendremos, tendres, tendran. Sprich mir nach. So, jetzt sind wir in der Lage, dieses Beispiel zu verstehen. la semana, la semana que viene, no? Die nächste Woche, la semana que viene. Correré, no? Von correr, rennen, correré, ich werde rennen, 10 km. Mañana, no? dormiré todo el día, no? Dormiré, von dormir, dormiré, ich werde schlafen, todo el día, den ganzen Tag. Und dann, el gato, no? Die ganze sagt, o, el perro, der Hund, ich mich nicht sicher. En un rato, no? In eine Weile, romperé, ich werde zerbrechen, este jarron, diese base. Die Frage jetzt ist, wann nutzen wir Futuro Simple? So, primero, acontecimiento en el futuro. zukünftige Veranstaltungen. Y, número dos, hacer predicciones en el futuro. Die Zukunft vorher sagen. Ejemplos. En el dos mil cien, los coches volarán. No? Zwei tausendzen, bitte, wir nutzen beforjagen en el, oder einfach en dos mil cien, kann man auch sagen, aber auf jeden Fall mindestens en. No? Los coches, die autos, volarán. No? Volar fliegen, volarán, werden fliegen. Mañana lloverá. Llober, regnen. Mañana, lloverá, morgen, wird es regnen. Número dos, zweitens, wir können auch über die Zukunft reden, wenn wir ir a plus infinitivo oder pensar plus infinitivo nutzen. Das auf Deutsch existiert nicht genau so, auf Englisch wäre an going to. So, zum ersten müssen wir wissen, wie man ir konjugieren muss und wie man pensar konjugieren muss. Ich habe ein Video über ir, so gerne kannst du dieses Video gucken, so wir konjugieren ir, boy, bas, ba, vamos, ba, es, van. Und wir müssen auch lernen, wie man pensar konjugieren muss. Ich habe auch ein Video über unrealmäßige Verben, so pensar ist unrealmäßig, pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, piensam. So, diese Struktur ir a plus infinitivo und pensar más infinitivo ist das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied zwischen ir a plus infinitiv und pensar plus infinitiv. Wann nutzen wir das? Uno, para hablar de planes en el futuro. Über pläne in die Zukunft zu sprechen. Y dos, algo que parece que va a suceder, etwas, das so aussieht, als würde es passieren. Ejemplos. Mañana voy a ir al cine. Ich kann auch sagen, mañana pienso ir al cine. Das auf Deutsch wäre morgen el próximo mes. Wann, conjugation von ir, wann de viaje, es ein bisschen so wie verreisen, el próximo mes, ¿no? Nächsten monat. La próxima semana, die nächste Woche, tenéis un examen. Habt ihr eine profe? Mañana hay una fiesta. Morgen gibt es eine Party. Y eso es todo, chicos, muchas gracias y hasta pronto. Aprende español. increasing